aber das ist nicht wenig höhensteine hier ist aber böse wo sind wir denn überhaupt aber wir haben schon ein krasses stück gebaut mittlerweile ja alle müssen hier oben auf jeden fall lange kommen wir nicht durch christian oh das ist aber richtig shit ja geh schon mal rüber warte mal doch wir können ein bisschen hochbauen kannst du die theoretisch von hier unten mit den sternen beschließen ich würde sie einfach ein loch reinmachen und einfach runterfallen nein nicht zwei ja öffnen wir nachher ein paar kisten nein mann wir wollen ein paar kisten öffnen peter zuschauer wollen auch ein paar kisten sehen ja genau du kannst du für kontoswerk gerne den streamer nehmen jay so guck mal das ist doch eine super treppe habt ihr mal bock auf die wall of flash ja irgendwie schon aber also jetzt ja soll ich die mal reinschmeißen ich habe jetzt gerade ein bisschen angst davor eigentlich wäre das witzig ja die muss ich ehrlich zu sagen ich finde das echt mega witzig das musst du aber das darfst du nicht ankündeln das musst du einfach machen oh gott wie die leute auf kisten abfahren ich raste aus ja da müsste aber ach egal genau da müsste was wolltest du sagen fuck you hardy fuck you hardy ja tu das nicht ihr dürft euch nicht zurück teleportieren das hatte ich vergessen wenn du dich zurück teleportierst stirbst du instant oh lol bin ich jetzt hier alleine am kämpfen tschüss hardy hilf doch wenigstens ach so wir schaffen das du kannst dich ja eh nicht weg teleportieren ja sicher schaffen wir das ok hättest du nicht sagen dürfen mit dem weg teleportieren ich habe mich gerade weg teleportiert und bin gestorben und bin gestorben ja guck mal wie easy die ist alter ja ok das schaffen wir das heißt wir sind jetzt gleich in hard mode oder ja ist gut warte ich mach die dinger hier vorne weg schießt ihr drauf der braucht schon, der ist dein ich hab leider keine muni mehr aber gut ja die schaffen wir ganz easy wo sind denn deine sachen dann gelandet christian weißt du das ja da am spawn da am spawn wo du gestorben bist ja ja bin ja auch wieder gespawnt ja ich hab meine sachen wieder ok alles cool guck mal da ist das erste Ding jawohl wow ok da hätte ich mich echt nicht zurück teleportieren müssen ja das war natürlich klug sich da rein zu dingsten cool ich habe ein kriegs emblem gefunden für euch einen von euch der der nahkampf ist it's hard was ist denn quix emblem quix emblem macht 15% erhöhten nahkampf schaden oh nice hat dich jemand den hammer aufgesammelt ja natürlich also wer von euch ist der nahkämpfer er ich bin nahkämpfer ich hab die stolero hier äh christian äh bram komm her ein ganzer bisschen gebrauchen so 15% männerkampf schaden stellen wir doch ganz geil vor ach ja das waren ja diese embleme die konntest du ja auch kombinieren ja wieder hoch ach ne wir brauchen die rüstung noch brauchen wir die jetzt mal ganz ehrlich also wäre glaube ich nicht schlecht für hartmord die viecher sind ja jetzt alle die wir jetzt treffen schon ein bisschen boah warte mal kurz ich habe hier noch mal was wie viel höllensteine haben wir denn ich habe hier ist ein loch 60 wow ok ich bin gott sei dank weil ich teleportiert aber du hast dazwischen auch abgebildet ist der peter dann aufgesammelt ich wollte die noch mal starten warte schmeißt in die labe dann fick dich doch du büdermixer warte wo ist sie denn jetzt wie kommt pack sie rein ins loch peter hast du noch gar nicht aufgebracht oder ach jetzt gehen wir doch nicht hier umsack du Hurendämon wow wie jetzt alles anders aussieht hi andrew fuck off jetzt aber schnell wie geil wie geil wie geil wie ein bisschen witzig jetzt boah hast du aber noch richtig äh fresh rausgeholt noch ja das war aber auch echt ganz knapp da kriegen wir noch nen krieger oder fernkampf oder magie emblem oder ich weiß nicht was da noch gibt magie ich bin einfach drüber gelaufen du bist da einfach drüber gelaufen das war echt witzig death2blatant subscribe dankeschön wobei ich eigentlich sagen würde das hättest du schon längst mal machen sollen oh jo das hat dave ach so ok ja dann echt mal welcher dave von äh mondes 7 ach der dave warum muss der uns subscriben loy bram ist ja direkt drin gespawnt das hättest du bekommen kann ich dir sofort sagen äh back oder ja es war nur eine wow da bin ich jetzt runtergekommen ich hab noch eine ich hab noch drei ja alles klar ja aber lass mal wieder erstes stückchen nach rechts gehen ja und ich muss mich gleich ich meine derzeit schon mal hell ist dein scheuss scheuss wo ist denn der obsidian zeug ich sterbe gleich wieso stirbst du wie kann ich dir helfen gar nicht ich kann keinen heiltrank nehmen wir müssen die höllen schmolen geht mir nicht aus cool 12, 11, 10 wow ich muss zurück ich will die auch mal sehen was würdet ihr denn sagen geschmolken was ist das sinnvollste spitzhacken bauen hier ist noch mehr herzen oder was würdet ihr vorstellen wir brauchen wir den shit der kann ich schon mal brauchen ja ich habe auf jeden fall eine spitzhacke damit wir den ganzen schluss neun zeug und war es immer los jetzt wir brauchen wir dann ja doch hast recht ja spitzhacken ok ich brauche den impfstuff wurde mir gerade gesagt den muss ich bauen wie geht das bin ich spitzhacken? nein impfstuff für meine nächsten Minions impfstuff warum kann das seine letzte lava nicht getroffen hast lol die liegt da unten oh ich kann das von dir aus ich kann das von dir aus nicht sehen ich habe kleine auflöser moment so muss ich mal wieder e-mails checken wo ist denn die? jetzt will ich auch mal die wall of flash sehen und dass die da vorne auf dem ding liegt was ist denn harley harley davidson ist da jawoll ne ich habe die lava getroffen das ist eine frutopuppe oder? hat die nicht eine downtime oder so? also da tun wir jetzt so wir haben ja gerade auch zwei direkt der guide muss respawnen moment ist der guide gestorben? offenbar der guide war nicht da der guide respawnen wie soll das denn gehen? aber johnny ist doch oben wie soll der denn gestorben sein? weiß ich nicht auf jeden fall ist ein Vieh tatsächlich einer gestorben da hat es mir auch aufgefallen als wir den das letzte mal gerufen haben komm schon pingu jetzt ist der wieder da? nein ich will jetzt die wall of flash machen der guide ist back der guide ist back der guide ist back das ist ne guide voodoo puppe die er da reinschmeißt das ist doch klar dass der jedes mal verkackt wird ach so lol ja stimmt der guide ist wieder back der guide ist wieder back ok also ich hab hier die voodoo ich hab noch ne voodoo puppe ja was na wär cool wenn ihr kurz mal am grüßt denn da jetzt also wir warten wir sollen warten wir sollen warten wir sollen warten wir sollen warten noch kurz so 10 meter laufen sonst kriegen wir auf youtube nicht einmal die wall of flash zu sehen ja stimmt was ist denn das da was ist denn das da für ne für ne was kann dieser luftballon tell ok oder was ist das was du da daheins hast dann kann ich höher fliegen und krieg keinen fallschaden ah und ich hab so nen geilen fetten imp der jetzt um mich herum fliegt und der kann auch den wurm den wurm hab ich übrigens mitgebracht der ist von dem seil aus ist der mir gefolgt du hast gar nicht sexuell von dem wurm mhm der hängt an mir kommen sie wow ich sehe die wall of flash nicht fehlt der mini mach ich mal weg muss man erst die die augen zerstören oder erst diese komischen zintakeide nach ach so keine rolle wir haben ja nur live hat es im tot hey der geilte ist wieder weg hehehe 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 ja also diese bösen truhen die teilweise spawnen die sind schon richtig LOL da kommen schon diese pixies an alter ich mach diesen komischen vieh da unten keinen schaden du meinst dass er da einen schaden macht 85 schaden ha 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 joo gib das ich bin der angry trapper mama wow was ist das denn was da ist alter was ist das für ein vieh ja das kennen wir doch noch was ist das denn hier das da unten ja der derbling äh nie nein ich hab ich hab immer schon schon wieder alter wie das feuer ding den auch keinen schaden ich hab auch nix bekommen ach das ist doch frech ja mitgebe den wall of flash trophy vielleicht sollten wir nicht den jungle in expert modus machen ach stimmt mittlerweile kommt da so ein kasten um damit die sachen nicht in die lava fallen ah das ist ja fuck clever lass mal längs rum gehen hardy was denn wir gucken wenn wir mehr für uns dann nennt sich ein magischer dolch das ist ein klangkampfsache okay oh die magischen dolche sind geil der macht auch 43 schaden 43 ich hab ne bessere idee hardy komm mit was ja bitteschön wir gehen schon mal durch unsere alten gänge und farmen da das zeug was wir brauchen genau aber ich kann das nicht ich kann das nicht ich kann das nicht ich hab nur okay das ist natürlich blöd das dann voll schnell das mana leer ist naja gut naja cool und ich hab noch so eine schmelzer klinge möchte die auch noch jemand haben nehm ich ja ich bin auch nackern nehm ich auch ich hab noch nix wenn mir jetzt 25 schaden macht okay dann soll ich Christian das ding nehmen jetzt müssen wir wie viel schaden macht hat die klinge denn da oh durchschnittlich alternativ hätte ich halt ne Moment das geht ja anders wieso ne wir müssen doch eher ach diese dinger kaputt machen was man nicht gedruckt halten kann besser ist als das muramasa wie ging das nochmal wer hat den hammer bekommen wer hat den hammer ich hab den hammer ja dann go go ab zu crimson alter what the fuck was will ich denn hier mit Waffen jetzt da müssen wir die altäre kaputt machen damit wir kobalt gespawnt kriegen und so ein scheiß stimmt remember remember will jemand diese sonnen wooting haben weil sehr langsam ist halt sehr langsam nehm nehm ja ich hab noch so viel shit im inventar ja dann gib mir schon mal den power hammer dann geh ich schon mal vor dann hab ich dann gib Gas ja ok doch 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 hier muss erstmal ein bisschen inventar aufräumen ja das ist genau mein plan ranger 1 4 muss mir nachher mal angucken was man alles das ist denn du hast auch dragon quest gespielt ne ja 10 also ja hast du schon ja das 3d hab ich gesehen ja das 3d hab ich gesehen 3d hab ich gesehen fand ich geil das sah unfassbar geil obwohl mich der japanische kommentar im hintergrund hart verwirrt hat ähm aber das sah echt fett aus das problem ist also das läuft ja auf der unreal engine 4 ne und das sah schon richtig für den dragon quest sah das richtig krass da aus ja klar für einen dragon quest die sind halt sonst naja so 2d sehr minimalistisch gewesen warum kann ich denn nur einen aber kommt erst kommt erst 2016 in japan raus das heißt also wir dürfen noch 2020 2020 ja 2020 ist aber ganz schön unsexuell das ist richtig unsexuell das sag ich dir aber ja aber hauptsache es kommt raus ja weil das sieht schon richtig geil aus das hat sie den grafizil von äh richtig geil weil hoffentlich ist die grafik nicht schon wieder outdated wenn das hier rauskommt das wär wobei ich das wäre wer hätte denn jetzt auch noch so einen fliegenden goblin ich ey alter mir wurde gesagt dann soll ich behaupte sie gerade für eine ente wir haben mich auch gefragt aber da kann ich noch nicht so an ehrlich gesagt das ist eben teil ja aber die wispen schon kann davon irgendwie nicht drei machen auch so wird das ja scheiße ja sonst ging das immer ach so lol da sind enden du hast die ente getötet einfach deswegen nicht so hier ist crimson quark quark ja hier nicht machst du weiter ja die müssen doch jetzt irgendwie die dinger sein oder alter machen die viel damage hier alle ja 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 unsere linke also johnny ist echt irgendwie kleines problem der hat mittlerweile 1 2 3 4 5 6 hier kenne ich mich nach welcher freund und freund und da geht nicht weg wie macht meine pistole jetzt gar nicht mehr zu mir ich stehe auch schon unten vor deinen sachen einfach m drücken ja und dann ist auch mich drauf teleport zu homer gerne gerne mehre von den im star mal kurz ich muss ich muss noch einmal 60 schaden erläutig hast du deine sache nicht aufgesammelt oder wird ja doch doch aber was brauchen wir jetzt altäre ja ich glaube nicht dass ich gegen die viecher großartig was einzuwenden habe ich habe nur 160 live ich habe nur 26 damage gemacht das ist ja so wenig hrdi wo hast du mein kontergewicht hingetan dein kontergewicht ist das im inventar das hast du im inventar du benutzt das junio doch gar nicht oder ja 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 warte warte mach mal die viecher weg hast du ein neues jojo oder was ja warte warte nein meine musste ok da gibt mir das wieder ja moment wird das nicht jedes mal auch wird das nicht jedes mal auch schwerer wenn wir ein altar mal kaputt machen hast du dir so ein höllen ding gebaut ja ich habe eins gefunden immer wissen wie viel schaden ich den mache 16 16 bei der geschwindigkeit gegen dat ich finde das muramasa immer noch besser habe ich das gefühl dass mir das mir inventar sachen ach da die röcke in der flasche machen wir gleich mit dem phoenix blaster wir helfen dir sofort nur kurz den jungs hrdi brauchst du noch lange hier bei so einem motoriten zu gammeln ist echt keine nicht die beste idee wenn man das ehrlich aber hier sind auch so komische fächer die mir 73 schaden machen man ich mache zwei hitzen dann war es das für mich dass das ich habe zu wenig leben man das überlebe ich hier niemals doch doch i protect you my friend moment die sind unter uns glaube ich ja aber es ist vorbei hier sind keine alterung mehr wir müssen zum nächsten die geht da nicht runter ja na komm was alter in 60 schaden mann boah das lojo ist ja richtig geil ich muss ausrüsten oh man da kommt so eine komische mumie an könnt ihr mir hier helfen hier sind noch altäre unten wo ich nicht drankomme ja ich komme da nicht dran ich muss da graben und ich will nicht halt alleine graben weil angst und so ja jetzt sind wir gerade alle oben warte ja warte ich mach das schon so warte mal 12 bis 18 damage gegen alter die geister rüstung ist auch so fies da komm mal her so 32,40,70 oh wir sind nicht gesundheit gesundheit weiß ich nicht weil der rückstoß ja auch schon nicht statt hier kommen überall Viecher an Hilfe uiuiui lol kann man die schmetterklinge nochmal updaten geil ich möchte direkt mal zünden ja zündet ja am besten jetzt aber die nacht hat gerade tatsächlich erst angefangen gesundheit das werden wir niemals besiegen Leute ich hab palladium schon direkt gefunden easy lass mal abbauen dann stehen wir jetzt wieder zurück nein ich bin nur ich versuche gerade die Altiere zu machen ok hier sind halt noch Altäre eingegraben ist halt nicht so leicht alleine ich bin jetzt auch nicht grad die stärksten alter 57 Schaden ja ich hab auch so einen Hammer ja ich hab auch so einen Hammer ach ja der macht ja gar keinen Schaden oh gut dass ich hier den blubschschutz da hab okay ja mach du mal du hast auch das geile so geil find ich das gar nicht weil das halt mega langsam ist und du kannst das nicht gedrückt halten kannst du das noch verändern ja das weiß ich nicht Ich werde mir demnächst mal angucken, was man alles zum Schmieden von dem Megaschwerter braucht und teilweise vielleicht auch ein bisschen offline einfach farmen. LOL! Oh, das ist, das ist, das ist... Hilfe! Ich muss ja weg. Pfff, was er da gemacht hat. Wenn ich 90 würde, teleportieren wir uns weg. Okay. Hä? Wo siehst du denn da noch ein Altar? Rechts. Ah, achso, lol, ja, stimmt. Nur nicht die Fette oben graben. Okay, die Spinnen sind Billo. Wir werden verfolgt, oder? Ja. Stimmt. Boah, ist das nervig hier. Oh, da kommt wieder Sand. Oh, Vorsicht. Ah ne, das ist Dirt. Die Viecher sind furchtbar. Die Hörpflinge? Äh, da kommt halt von hinten. Guck mal, was ist das denn? Hörpfling. So, haben wir. Alles klar. Weiter geht's, kommen wir raus, glaube ich. Das war schonmal ganz gut hier. Ja, da unten sind sicher noch mehr. Haah. Hululuu. Huh. Brumian. Das hat halt Pferden fallen lassen. Hah. Was hat誰 denn fallen lassen? vielleicht ganz schnell wie spät ist seit ich schon noch ein weg zurück ich würde aber sagen wir springen halt ein so ein ding weil wir hier unten sind ja übrig lassen sagen hat über dual machen könntest wäre im dschungel oder so noch nachher wobei das blöde ist du weißt ja gar nicht wo wir da gewesen sind mal abgesehen davon ist der dschungel mittlerweile absolut tödlich ja und ich war gerade schon mal da die viecher machen auch so 85 schaden nix hatte der vorteil ist du kriegst jedes herz doch doch die sind genau unter uns glaube ich gerade wir sollen ein altar übrig lassen aber das war doch so das hat jedes mal schwerer wird wenn man ein altar kaputt macht ja deswegen haben wir doch irgendwann mal aufgehört mit den dingern oder das kann es ja hier ist keine künste die truhe ist mega übel wir haben keinen übrig gelassen da ist keine truhe achso ne das ist der ritter ok ihr müsst einen übrig lassen wir haben hier ist keine also rechts die crimson müsst nur ja ok dann lass mal farmen gehen einfach oder dann können wir uns zurück teleportieren also hier links ist ja keiner mehr ja stimmt weißt du ich muss ja auch nicht länger bleiben ich habe 86 ap noch ja nach unten so moment womit können wir kobalt abbauen das geht mit meteoroid wir müssen doch nach rechts oder nicht ich glaube mit dem höhlenstein pickaxe ich habe eine ey moment mal das blöde ist wenn ich auf die karte gucke ist rechts gar keine crimson haben wir jetzt alle altäre kaputt gemacht wird bestimmt irgendwo nur einer sein wobei doch ganz rechts ist noch einer das wurde ich aufgedeckt alter also links ist keine mehr aber rechts ist noch einer was hat uns das jetzt gebraucht was habe ich denn hier ich habe mumien shirt geil das ist wahrscheinlich eine sehr gute idee irgendwas für dich behalten möchte oh ich muss schiffen irgendwas palladium jetzt kommt vorbeinschützer ja die brauchen wir auf jeden fall noch wie ist denn jetzt die reihenfolge ich kenne hier von nicht palladium ist wahrscheinlich kobold ne kobold ist hier gibt es nicht mehr oder wir haben kein kobold mehr es gibt palladium ja aber kobold mit kobold fängst du an nein ja gab ja hier auch nur tanksten und kein irgendwas anderes ach so das meinst du ja das ist das erste ich glaube das blaue dann das grüne und dann das rote oder oder umgekehrt blau rot grün ja das sieht ja auch anders aus hier sind rot palladium ich hatte dann habe ich keine ahnung auf jeden fall solltest du den Bohrer machen haben wir den Amboss ja ja wieso wir sonst craften ja hier gibt es nicht auch einen Höllenamboss oder sowas ja achso ne ja doch stimmt es gibt einen Höllenamboss lass mir mal kurz eins übrig wir mal ganz dazu sagen habe ich das hier mit auch aber den Höllenamboss haben wir noch nicht das stimmt ähm das heißt wir können manche Waffen gar nicht schmieden hä was ich verstehe dich überhaupt nicht weil was was denn ey wir brauchen noch einen Höllenamboss Jungs gibt es überhaupt einen ich bin mir alles überhaupt sicher ich glaube schon ja das ist einfach so ein rotschimmer an der Amboss ok hier ist irgendwo noch palladium die Graftdinger weg so mit viel Amboss angeblich 5 Gold ja sicher ja wo ist es denn oh Tempo ist geil ähm ich werde jetzt mal einen kurzen Cut machen ne Pause weil wir sind schon wieder zwei Stunden im Aufnehmen und sonst dauert meine Handbrake Renderei wieder 5 Tage ok in den Jungle will ich kurz ne Pause machen bis gleich oder morgen tschüss du bist immer noch einmal und dazu